so schön wäre es auf jeden fall noch die glitzer kapseln zu kriegen bevor das net fest losging hatte ich mir auch noch mal so vor augen gefühlt eigentlich ist das so mehr oder weniger nur so wir kamen so lange sagen man den rang da bekommen hat für die supermuscheln fertig so ist es du sagst außerdem haben wir hiermit jetzt mal wieder was er spielt was ich mir dann wieder auf der arbeit schon rein ziehen kann das ist wahr hallo 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 danke ja komm noch helde dummer teammate wenn du tot bist hilft mir doch warum der sniper macht einfach nichts ja da muss ich dir alles noch einmal wieder usen nicht ja nichts gebracht kein gegner gekillt es waren drei bosse hier ja doch mega viel gebracht die ganzen eier hochzuschießen ja wir haben verloren raus raus einfach raus die das war jetzt schon wieder schief gelaufen ist das wäre jetzt für mich schon wieder aufzuhören ich hab noch so gesagt auch und ihr habt gedacht boah auf level 400 wäre schon geil hoch zu kommen heute aber nö jetzt bin ich ja schon wieder irgendwie 50 level untergespust worden noch besser oder doch noch mal ein bisschen blick mal spielen oder was sagst du ja was ist oder guck mal auf die uhr 17 uhr haben wir jetzt ich gucke erst mal auf die maps taler fisch pok und la ola airport ja ich weiß nicht wie lange du noch machst ich hätte jetzt so 18 uhr festgesetzt wenn es wie du wie du meinst wie viele punkte hast du denn im äh hier metron was meinst du punkte welchen stufe ich bin oder was ja bitte auf 400 kopf das meine ich mir fehlen noch 80 aber ich bin ja jetzt gerade runter gestuft worden deswegen weiß ich was ich davor hatte ich glaube 340 oder so also mir fehlen noch 80 ja können wir gerne versuchen zu erspielen warum nicht da dass die waffen eigentlich auch ganz gut sind wie ich finde denn bei blackfest ja ich hoffe noch nicht dass die waffen wieder weg wenn ich schon so was habt ihr denke ich mir auch so ja geil da muss ich mit aufpassen was das können ja machen das am besten wie mehr jungfrau mann und blau war stube wir trumpfen doch schon seit jahrzehnten aber was zu vieles ist zu viel und schon die nächste map rotation von zahlen an gesehen welche waffen es da wieder gibt schönes ja wenn du das schon du sagst da kann ich weiß ich schon wer es gibt wie kann ich das denn hier wieder einsehen ich guck auf dem handy hm wo hab ich denn die beschissene app ja lädst du bitte ja das da ganz oben ja das gibt es auch noch oder meine special runde mit licht fliegen oder der eine ist groß eigentlich nicht wiederbeleben oder da stelle ich doch noch weiter fram nein leute jetzt bin ich ins wasser gefallen dumm dankeschön die tonne wird hier rüber gefahren hallo es ist kein interessiert äh ja wahnsinn das ist ja auch hier helfen kann ja ein bisschen fehlt der schaden bei der airbrush ja 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 nein schieb ich doch da nicht rein na jetzt ist wieder hinter mir alles oh ich hab überlegt sag nichts sag einfach gar nichts sag einfach gar nichts boah jetzt in dem moment der tutrale man gekillt wurde sehr schön ey sehr schön nein 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 ich wollte nur ein ei rüber schweißen aber natürlich hat das dann wieder den wurf nicht registriert hey special schlemmen mal das eigentlich nee oh das ist gut ja ist hier in dem Meer ach ne ja achso ist ja wieder alles ja deswegen auch direkt voll ausrasten ja sogar hier irgendwo ja hier oben hier oben hier oben ne doch nicht hörte hat er doch gelächelt schräglich geluchtet ne ja dann da drüben vielleicht ja dass wir wieder in der Nähe sind wieder näher zum korb nee Oh, direkt hier. Oh, die benutzen ja alle ihre Ultis. Alle. Was man hier am Torb ist. Das ist ja logisch. Let's see. Ja, ich meine, das ist ja gut. Normalerweise erwarten wir die Ulti da grundsätzlich erst in 30 Sekunden. Oh, kommt da noch alles? Jetzt wäre guter Zeitpunkt für die Ulti. Ach ja, stimmt. Und hoch. Und auf rot. Und auf rot. Ach ja. Ja, und jetzt bin ich ja 340. Ist. Und Glitzerkapsel. Chesine, es geht nicht raus. Fischer. Eins, zwei. Du bist ein mättiger Pirat. Gehen Sie zum mättgefüllten Punkt. Sie dürfen jetzt nach dem Mätt graben. Dürfen jetzt nach dem Mätt graben. Das Mätt? Meins, 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 meins. Hey, Mr. Mätt ist schon wieder ganz verschwitzt. Ja, hätte ich dich mal lieber nicht angefasst, ne? Jetzt rastest du wieder aus. Hey, Senrio, willst du ein Mättbrötchen? Na klaro. Senrio, du bist gemettet. Aber ich mette doch gar nicht hier. Mättest du dein Mättbrötchen ab sofort? Aber klar doch. Du bist gefeuert. Du bist gemettet. Wo will der Strahlemann denn hin? Ich glaube, es ist ein Doppel-A. Wo wollte der denn jetzt in der... Total. Hä? Die Bombe hat einfach komplett das hier eingefährt? Das wusste ich gar nicht. Was? Das, ähm, eine Bombe komplett, das vom, äh, Delfin einfärbt, den Untergrund. Macht das ja auch nicht. Da muss ja schon irgendwas anderes vorher eingefärbt sein. Ja, bei mir war nur eine Ecke eingefärbt. Oder der Hai war da gerade drin. Also irgendjemand hat eine Bombe reingeschmissen, dann war plötzlich komplett eingefärbt. Ja gut, kann sein, auch weil ich eine Ecke schon eingefärbt hatte und dass das nur dieser Prozentsatz war. Ja, dann, dann mach weiter. Deine Racken, dann geh ich da eben nicht hoch. Chassi, ich weiß, wenn ich dich rauslasse, kommst du wieder rein. Draußen ist der Trockner noch an. ich hoffe doch dass da dass er sich fertig fertig nicht stört aber keineswegs doch wie ich schon wieder nicht noch besser ich habe die ja das war sehr schön nein geht doch da wieder hoch dummer scheiß character wegen dem lab bin ich darunter gefallen dumm ich würde sagen hoffentlich lebt das ding jetzt alle wieder ich bleibe mal hier an der wand hallo ja klar wie schnell das tage einfach gespricht ist das ist sehr sehr gut vielleicht haben wir noch mal nicht mehr aufstammt also denkt weil das zwei das wird auf mich und ich bin ein kompletter map gerannt ja ich denke welche waffen man hat ist man ja auch schneller so ein kleines bisschen als nicht fliegen also als gegner ja da war der boden kann der hydrant ist eingeholt was ist Mana, 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 mana Und es lag mal wieder Ja, die Ulti kommen doch ganz gut Ja geil, einfach nur dumm wieder Klatsch, klatsch Was ist denn hier? Ken, die ist jetzt nicht raus Oder musst du kacka? Bist du kacka? Bist du kacka? Ja? Ich dachte, sie sich noch am Klo verbrennt Verbrennt Ich? Was, der Frosch? Alter, 53, ah ja Das geht ja noch Und ich hab die Punkte voll hoch Ey, Katalog 19 Ja, einmal auf weiterklicken Ich lass mal ganz kurz den Chevy raus So, du kommst aber nicht mehr rein Soll er sich halt ein bisschen in die Fensterbank setzen oder so ist mir jetzt auch egal Ey, was denn auch Oh, das Wasser kommt ja hoch Bin gerade runtergelaufen Und wieder hoch Ja, genau Rauf, rauf, rauf Und wir stellen die Treppe rauf Und dann wieder runterspringen Und hoch Äh, schlimmer Oh Ja, wo, direkt im Arsch Keine Gnade Achso Ja, Leute Ne, das einfach geht Ja, okay Dann war auch die andere Richtung Hey War cool, dass die alle gewartet haben Auf das Ding Ja klar Ich kann ja auch was zu können So muss es ja auch sein Oh, Gott Oh, je, je Naja, okay Machen wir mal hier so Und zack, zack, zack Und direkt rauf, rauf Nein, ich bin noch Ich hab das Gold, Alter Hingeschwitzt Na, wieder Steuerungsprobleme Baut hat Part 550 Der Bas weiß man nicht, wie man Gold eilt Da sind sogar fast 560 Ne, ab dem Zeitpunkt Ich hab ja schon 550 Ich glaube, ich glaube Ich glaube Gehst du bitte da hoch Dummer Charakter Danke Keine Gnade Ich Zack Hast du den noch geschmissen? Ja, aber ich bin dabei mit Absicht ins Wasser gesprungen Und wieder tot Nur richtig so scheiß Hauptsache das letzte Gold Musste noch geworfen werden Damit es direkt drin landet Ey Musst du ausrasten Oh, wie geil, ey Der letzte Eierwurf Oh ja, das musste jetzt sein Ah, jetzt gehen wir noch zu zweit, glaube ich, rüber Ja, gut, 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 gut Gut Noch ein Strahlemann Hey, jetzt bleib doch mal ruhig, Ufo Boah, bist ins Wasser reingefallen Aufpassen, da ist ein Lahl bei dir Ja Oh, er hat mir cool gesagt Der Typ, der Afro heißt Weil ich auf ihn gewartet hab Ausrasten hier Zack Nein, dummer Hai Hau doch ab, dummes Arschloch Boah Der Lahl, der gerade gekillt wurde Sehr schön Oh Ich bin einfach abgehoben Nein, jetzt werde ich doch noch mal ins Wasser geboxt Die letzte Sekunde, wie fies Weil ich so viele Gegner gerade gekillt Ich lag ganz voller Ei Ja, du mich auch cool Das ist halt anstrengend hier Was für eine Mettigkeit Mal anständige Leute Ausrasten Ja, aber hohes Wasser ist halt schön schwer Muss man sagen Ja, aber solange die Leute gut spielen So alles schön So gut Na, dahinten ist ein Fliegen da Ich hab aber leider keine Ulti mehr Oh, der Hausmeister ist hier gerade gesprungen Wo du hinterherlaufen bist Sehr schön Hab's gesehen So, jetzt schnell die Goldeuer abgeben Ach, machen die ja schon Oh, der eine setzt die Ulti ein Sehr schön Jawohl Jawohl Hab ihn Der Strahlemann Aber wir haben 31, wir haben genug Ah ja Und die Ulti kommt noch pünktlich Uiuiuiui Also die cool Kugel meine ich bitte nicht aber noch eine granate zu den teammates hingeworfen habe ich noch wieder über diesen seitwärtsalte dieser typ namentlich afro ja sogar auch nur die standard pose drin so wie ich und alle haben richtig gute werte muss ich sagen für diese afro der hat der hat auch glaube ich nur die es ist hier die 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 auch das standard banner und sowas und 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 Untertitelung des ZDF, 2020